Guten Morgen am Update Tag. Wir haben den 19.12.2019, Entschuldigung, es ist Update Tag, es ist Decke die Schätze auf und da werden wir auf diesem Account 52.000 Games verbraten. Es werden 400 Games liegen bleiben für Ingame Aktivitäten, für Quests und so weiter, dass ich die weiterführen kann. Am 18., am letzten Roll Event, am 18.10.2019 war das, also vor zwei Monaten, waren 344.000 Macht auf der Uhr und jetzt haben wir 372, also ein bisschen was hat sich getan. Ich hoffe, dass ich heute am Update Taggebiet Glück habe mit den neuen Helden. Man wird sehen. So, dann legen wir mal los. Auf geht's. Panda Assassina. Ja, ich möchte ein bisschen eher kaufen. Der Michael. Der Lazulix. Lazulix? Lazulix? Was fehlt denn eigentlich? Memos? Fehlt er noch? Lavanica, Elektriker? Lavanica hat sich mittlerweile auf dem Account erledigt. Der ist auch da. Lazulix? Ne, der ist da. Es fehlt auf dem Account noch ein Elektriker, ein Boogeyman, ein Pflanzenkrieger, Rosaline, Cosmo, also Zephyrica, Vespinia, Vespinia, Rodrigo, Boreal, Fuchs, Kristallgeist, Rambat und die blutige Mary. Es fehlen noch andere Helder, aber die habe ich noch nicht gelistet, weil ich diverse Updates nicht mehr aufgeschrieben habe. So, Alchemist, Schlangenkönigin. Das fängt mal gut an, aber das bin ich auf dem Account gewohnt. Hexenmeister. Ja, Zul! Endlich habe ich den mal. Auf den habe ich schon ewig gewartet. Super. Galachampion, Painter, Zyklop, Schlangenkönigin, Henker, Triade, Wehrwolf, Triton, Schamane, Schnitter, Champion. Klasse. Macht doch richtig Spaß. Richtig alte Helder. Rippa. Ne, der ist doch. Schlangenkönigin, Henker, Schamane. Phantomkönig. Na, den. Ach, darauf ist schon mal. Galachampion. Engel. Galachampion. Flat Dracula. Huiiiiiii. Stark. Einmal ein 30 neu. Flat Dracula noch einmal. Und ein Galach, hat er da. Asura. Den habe ich doch auf dem Account. Ah, jo. Der ist doch. Rognor. Der ist schon lange auf dem Account. Da brauchst du gar nicht noch zu gucken. Anubis auch. Bergriese, Kristallschlamm, Captain Weisbart, Oxbane. Also von den Legenden heute kann man nicht mehr gern Painter. Aber die richtige Legenden kann man nicht. So, ein Cosmo, den man raushängt auf dem Account. Der hilft dir mal kolossal. Und dass da Leute nicht wissen, was da für ein Talent drauf kommt. Ich sehe immer noch. Ich sehe immer noch ein Cosmo mit dem Wiederbeleben und mit dem Lebensentzug. Und was weiß der Teufel alles. Heiliges Licht wird da drauf geballert. Da stellen sich die Nacken hoch und rasieren sich von selbst. Die Kürbishexe. Der Werwolf. Also wer da nicht weiß, was auf dem Cosmo drauf kommt, der muss auch nicht zu helfen. Er soll am besten ganz schnell aufhören. Hopp. Einmal. Druide. Klasse. Kommodora. Die habe ich schon. Das wäre ja traurig, wenn ich die noch nicht hätte. 2. 29. Da muss ich noch einiges verballert. Phantom König. Hinter. Engel. Ingenieur. Enge. Kristallschlamm. Was ich mein grad? Boogie Man. Aja. Und nochmal ein Asura. Und ein Candy Cane. Und ein Kürbishexe. Meine Fresse. Imhotep. Habi. Gott. Candy Cane. Schlangenkönigin. Und ein Assassine. Er ist Dämon. Gala Champion. Wehrwolf. Gala Champion. Kristallschlamm. Frostfixer. 23.000. Halt. Halt. Darf sie mal räumen. Habi. Wehrwolf. Assassine. Henke. Wehrwolf. Wehrwolf. Triton. Pinta. Wehrwolf. Und Hoppen. 309. Da bringt genauso viel. Gala Champion. Kristallschlamm. Henke. Riton. Heist Dämon. Alter. Mechteser. Was soll dann der Mist? Na der. Latsulix. Nochmal. Imhotep. Ich glaub den Latsulix kann ich jetzt. Donagot. In Schicksal schicken. 50.000 noch. Das sind noch ein paar Rolls. Rudi. Ach Gott. Da hab ich schon lange nehm ich gesehen. Und schon lange in Ränder. Schlangenkönigin. Wehrwolf. Triton. Kristallschlamm. Eis Dämon. Assassine. Frustfixer. Santa Boom. Zyklop. Schlangenkönigin. Paladin. Galachampion. Galachampion. Kürbishixer. Alles nur alter Rotz. Grimfiend. Assassine. Grimfiend. Alda ne. Uda. Der Todesredner guckt auch mal um die Icke. Hügel haben wir noch. Achte. Rollt. Oh, ist irgendwie verkehrt. Ninja. Tja. 4917. Paladin. Schamane. Kristallschlamm. Zyklop. Schamane. Zyklop. Schamane. Zyklop. 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 Eros. Meine Fresse. Zwei Stück noch. Bam. Das war's. Ich müsste mal 50.000 auf der Uhr haben. Ich glaub nicht ganz. Das waren 50.000 für Nussing. zackaun. Dankeschön für nichts. Zyklop. Oh doch. Mams. Zyklop. Zyklop. Passt. Passt. Splitter. Rumpunkter. Und nochmal Rumpunkter. Splitter. Rumpunkter. Splitter. Rumpunkter. Es ist ja nicht so, dass 50.000 Games nix sind. Die kosten noch ein Arsch voll Geld. Und dann hierfür nix zu kriegen ist schon heftig. Zumal ja im vorhergehenden Rollen auch schon einmal 50.000 Gems zu packen und jetzt sind wir jetzt schon ein paar 100.000 Gems. Dann haben wir das Vierer und jetzt einmal die 3 und jetzt einmal die 2. 150.000 Gems verbraten. 150.000 Gems verbraten. Nix erhalten. Das ist mal schon erwarten. Also ich werde free to play. Ich bin free to play und werde free to play bleiben. Da beißt die Mauskernfahrt ab. Also da kann man den Gleis auch gleich mal neu legen. So. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Je nachdem wann ihr das Video anseht. Gehabt das wohl in circa 2 Monaten, wenn wir es wiedersehen. Wenn das nächste Event kommt. Ich brauche jetzt wieder ein paar Games zu erspielen. Okay. Dann bin ich hier the best. Hallo. Ich hab. Ich hab. Vielen Dank.